Ich habe Geräusche aus der Altstadt gehört. War das vielleicht der Amerikaner, über den Helga mit Herrn Schreiner gesprochen hat? Verdammt! Ich brauche Verstärkung! Verstärkung ist unterwegs! Ich brauche Schreiner! Ich darauf an den Hand größer, zurück! Das ist ein Wettbewerb! Ich habe einen Wettbewerber, habe ich die Säger gefolle genommen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.